hallo und herzlich willkommen liebe leute hier ist wieder eure album die mich noch nicht kennen kanalvorstellungen kann ich ja mal hier oben rechts verlinken ich wollte mal so eine kleine ankündigung machen ja den windes wird schon da draußen wundert ja auch gerade das fernster offen deswegen auf ne offen deswegen zwitscherts ja so und hier die bauarbeiter und das ist alles schön und so juhu ich wollte eine ankündigung machen für die die das noch nicht wissen oder für die leute jetzt hier auf diesen kanal gekommen sind es kommt ja am 27 mai das spiel watchdogs raus und ich freue mich schon unheimlich auf dieses game und ich werde es natürlich mit als allererster ich bin generell nicht aber trotzdem werde ich mit als allererstes let's play mit meiner freundin zusammen das wird nur ein paar stelle p sein das heißt wenn ihr unbedingt watchdogs sehen wollt mit einem ja sag mal ein pärchen mich und der kathrin denn abonniert diesen kanal oder was auch immer oder liked ist keine ahnung halt um halt diese videos verfolgen zu können bis dahin werden jetzt erstmal noch kreise zwei let's play folgen steck mal die werden dann übernächsten tag übermorgen hochgeladen ansonsten 7. Mai sage ich euch gleich das reimt sich kommt watchdogs und das wird dann gleich von uns letztlich könnte mehr aber die die ab und die leute die mich noch nicht haben das ja in die kommentare einschreiben ob ihr es sehen wollt ob euch schon drauf freut oder keine ahnung mich was mal interessieren ansonsten wünsche ich euch alle noch einen wunderschönen tag ist es ja wunderschönes bei da draußen und ich werde trotzdem erstmal noch Videos bearbeiten und so und wir sehen uns dann sicherlich die nächsten tage und definitiv am 27. Mai mit watchdogs bis dahin tschau sagt allrabbitboom